Hey Leute, in diesem Video geht es erstmal wie man sein TVNow Abo kündigen bzw. sein RTL Plus Abo beenden kann und das Ganze natürlich auch während seinem kostenlosen Probemonat. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Ganze funktioniert am Smartphone und am PC relativ ähnlich, weswegen ich es zur besseren Veranschaulichung einfach mal am PC zeige. Und zwar müssen wir zuerst einmal in einem beliebigen Browser www.tvNow öffnen. Anschließend sind wir nämlich auch schon auf der offiziellen Webseite und wir können oben rechts auch schon den Button Einloggen erkennen. Da klicke ich natürlich jetzt einmal noch drauf. Im nächsten Schritt müssen wir uns mit unserem entsprechenden Account einmal einloggen. Hierfür einfach die E-Mail-Adresse und das ausgesuchte Passwort eingeben und dann können wir nämlich auch schon hier unten drunter auf Einloggen draufklicken. Um zu den Einstellungen zu gelangen, gehen wir mal mit der Maus rechts oben auf unser kleines Profilbild drauf. Anschließend hier unten drunter auf Account und wir können auch schon ein Reiter Paket erkennen, wo wir auch noch unser aktuelles Abo sehen. Und darunter sehen wir auch den Punkt Paket kündigen. Natürlich könnten wir es darüber auch noch wechseln, aber wir möchten ja kündigen, weswegen ich hier auch einmal noch draufklicke. Nun werden wir noch gefragt, ob wir uns sicher sind, dass wir TVNow bzw. jetzt ja RTL Plus kündigen möchten. In meinem Fall ja, weswegen ich einmal hier auf dem Button jetzt sofort kündigen klicke. Auf der nächsten Seite werden wir noch gefragt, warum wir das Ganze kündigen möchten. In meinem Fall nutze ich es einfach viel zu wenig, weswegen ich einmal das anklicke und wieder auf Weiter gehe. Und wir müssen zum Schluss Sicherheitshalber noch einmal unser Passwort eingeben, dass auch wirklich wir selber das Paket kündigen. In meinem Fall passt es und wir sehen darüber auch noch, bis wann es jetzt beendet ist. Also bis zu diesem Zeitpunkt kann ich noch alle Vorteile nutzen. In meinem Fall passt alles, weswegen ich auf Paket kündigen gehe. Nun erhalten wir auch schon sofort die Bestätigung, dass das Paket erfolgreich gekündigt wurde. Und diese Kündigungsbestätigung erhalten wir normalerweise auch noch per E-Mail. Und somit haben wir jetzt auch schon TVNow bzw. RTL Plus richtig gekündigt. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.